Moin Moin Es ist Donnerstag der 14.07. 5 Minuten für 8 und ihr seht's wir sind mal wieder in Super Auto Pads Folge 3 inzwischen ihr findet alle Folgen Super Auto Pads in der Playlist Super Auto Pads Ja Wom geht's nochmal wir haben hier so ein paar Tiere Jo und dann geht's darum hier kommt gleich ein anderes Team kommt unser Team der hat zum Beispiel jetzt 2 Fische und geht's darum eigentlich machen sie es aus automatisch ok haben sie grad nicht automatisch aber ich habe meinen ersten Pokal den ihr jetzt aber nicht seht weil das hinter der Webcam ist ja können wir hier so einmal ein bisschen Level Up machen dann rollen wir einmal so da wir den nachher ableveln wollen freezen wir den einmal und so geht das halt jetzt halt weiter und so geht das halt jetzt halt weiter das ist ein Unentschieden sehr schön ein Unentschieden ist besser als Leben zu verlieren jetzt müssen wir schauen hier sind 5 Leben da ist ein Leben setze ich auf jeden Fall jetzt mal nach vorne jetzt schauen wir da würde ich nämlich fast behaupten wir rollen einmal setze ein Elefant dahin Elefant freezen wir damit wir den gleich leveln können und machen einmal End of Rund und schauen wir mal 4 2 ist ok ok passiert ich habe es noch nie geschafft hier 10 volle Pokale zu bekommen ich weiß auch nicht ob das möglich ist also so 3 5 ich freeze den mal aus Sicherheit ich weiß nicht ob das was bringt aber ok ich weiß nicht ob es ich weiß nicht ob es was ich weiß nicht ob es war ich weiß nicht ob er auch ich weiß nicht ob es wenn weg. Ich setze mal auf den Wal. Fische, Kamel. Das bringt mir alles gerade nichts. Okay. Oh, doch noch ein Unentschieden. Okay. Ist doch eigentlich auch ganz gut. So, fünf. Schwer scharf. So. Gut. Schauen wir mal. Oh. Schade. Marmelade. Ah, so ist das nun mal. So. Er bringt mir nichts. Nicht gut. Schauen wir mal. Oh. 14. Sehr schön. So, jetzt seht ihr auch den zweiten Pokal hier. Schauen wir mal. Oh, 15 Leben noch. Ich glaube, das wird nichts. Könnt ihr quasi so sehen. 38er Angriff. Ja. Dann starten wir mal eine neue Runde. Für diesen Namen können wir hier ein bisschen vernachlässigen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wunderbar. Schauen wir mal. Oh, er hat schon fünf. Oh, er hat schon fünf. Okay. Okay. Aber wir können quasi sehen. Ist zwar nur ein Leben, aber ein Leben ist ein Leben. So, die freeze ich jetzt mal alle drei. Unentschieden. Unentschieden. So. Oh. Ah, diese Dinger, die hätte ich nicht nehmen müssen. Jetzt ist mein Elefant weg. Ja. Ja, wenn man hier diese kleine Kapsel nimmt. Dann ist auf einmal. Äh. Gut. Passiert. Der Elefant ist jetzt weg. Aber so ist es nun mal. Zweiter Pokal. Sehr schön. Zweiter Pokal. Zweiter Pokal. Der. Dann setzt sich jetzt mal nach hinten. Den setz ich jetzt mal nach hinten. den setz ich jetzt auch mal nach hinten. Und Level 2 setz ich jetzt mal nach vorne. Mal schauen. Oh, das wird nicht. Oh, sofort drei, drei weg. Ja, okay. Mach für Indy Pit, ja, das. Schade. Gut, schauen wir mal. Gut, schauen wir mal. So, schon wieder drei Leben weg. Ja, heute ist nicht... Jetzt ist natürlich die Frage, nehme ich zweimal Dax? Dann frise ich auf jeden Fall. Schauen wir mal, was passiert. Ja, und damit würde ich sagen, entspannte Folge hier aus Superautopads ist vorbei. Damit, ciao mit Frau Robin, tschüss.